Habe ich da was versandt? Ja weh, jetzt kommen sie aber rauf. Nein, jetzt ist es eins, zwei. Ja weh. Psychologisch wichtig vor der Pause. Aber brutal stabil ist die Knarre, das sage ich der Max. Ui, das war jetzt nicht so schön. Ui, das war jetzt nicht so schön. Ja, das war jetzt nicht so schön. Hallo, Sanya, noch mal. Ich denke, es ist unfair. Also da braucht man jetzt keinen anholen, gell? Erstens koppelt. Zweitens liege ich etwas ungünstig. Wo bin ich überhaupt? Ich bin mir gar nicht mehr aus. Ach da bin ich jetzt auch. Jetzt weiß ich wo ich bin. Hey Arsch, da bin ich. Ultrakill, präziser Kill mit Fusionsgewehr, was sagst du jetzt da dazu? Gut gemacht. Wahrscheinlich, ja. So. Boah. Hast ihn aber nicht getroffen. He he he. Haben wir so angefangen, jetzt machen wir es auch zu Ende. Okay. Ja. Booster ist weg. Hör mal auf. Ich mach jetzt dann eh eine Pause, weil ich möchte mir zumindest die zweite Halbzeit anschauen. Und dann können wir nachher gerne nochmal einen Booster neu haben, Max. dass du nochmal ein Level Up machst. Dass du nochmal ein Level Up machst. Ja. 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 Wannuckeifteen. Möchве! Ja. Ja. Pause, Pause. Komm her zu mir, ich habe noch ein bisschen was verdient. 3.540, hahaha, das hat sich jetzt gerechnet. Schumani, du weißt doch, du sollst mich nicht holen. Ach Max, meine guten Punkte kaputt gemacht. Weil der Schumani immer rauslauft, das Jäger bleibt doch hinten, Mann. Hältst dich nix aus. Obusk, Wiener von Oryx. Da. Achtung, zwei Schüttel bei mir. Oh, ich höre. Um. 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 Das war's. Hier ist nur ein Pschsch, der Pyroman ist wieder da. Das war's. 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 Das war's.